Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sport-Vlog. Heute bin ich wieder in der Nähe von Darstbach und jogge und was ich heute vorhabe und wie es mir heute geht, erzähle ich nach dem Intro. Mittlerweile bin ich schon knapp drei Kilometer unterwegs und ich habe heute eigentlich überhaupt keinen Bock. Aber ich mache es trotzdem. Scheißegal, ob ich Bock habe oder nicht. Kein Bock auf Radfahren. Das ist so lange, bis man da irgendwie mal was merkt. Ist man zwei Stunden unterwegs. Workout im Keller ist kurzfristig zu anstrengend. Und beim Joggen hast du so eine gleichförmige Anstrengung. Das geht dann mal. Das hältst du eine Stunde, anderthalb aus. Und dann hast du auch ordentlich was gemacht. Deswegen habe ich mich heute für Jogging entschieden, auch wenn ich überhaupt keinen Bock hatte. Wenn ich jetzt daran denke, irgendwie Liegestütze machen zu müssen oder so oder irgendwelche Klimmzüge oder was der Teufel auf den Boxsack draufhauen. Kein Bock gerade. Aber ich mache was. Ich laufe, laufe mir hier einen zurecht und gucke mal, wie weit ich komme. Zu zwölf, dreizehn, vierzehn Kilometer ist der Gedanke. Dann habe ich anderthalb Stunden, bei vierzehn habe ich anderthalb Stunden gemacht. Und dann ist alles cool. Dann habe ich meinen Sport für heute erledigt. So eine Scheiße, ehrlich. Da habe ich keinen Bock heute. Tut irgendwie auch alles weh. Keine Ahnung. Vielleicht werde ich auch krank. Wer weiß das schon. Ich mache mal weiter. Hashtag Mimimi. Bis dann. Ich bin jetzt mittlerweile schon bei elf Kilometern. Und mich treibt so ein bisschen die Musik auch an, die ich im Ohr habe. Aber wieder. Wie schon zu Anfang habe ich eigentlich gar keinen Bock. Mir tut irgendwie alles weh. Aber das heißt jetzt nichts. Ich bin jetzt bei elf Kilometern. Und mache auch weiter. Mal gucken, wie lang noch. Aber die paar letzten Kilometer kriege ich noch hin. Und dann habe ich meinen Sport gemacht. Da bin ich wahrscheinlich froh. Momentan. Ey. Ich habe voll die Scheißlaune. Fuck. Ich kann alles kaputt schlagen. Ich werde mich gleich. Dreizehn Kilometer habe ich jetzt. Und wenn ich jetzt einfach nur nach Hause laufe, habe ich vierzehn. Da bin ich froh und glücklich. Ich glaube, das mache ich ja auch. Das vierzehn Kilometer reicht. Ich habe jetzt noch einen Kilometer zu laufen. Dauert noch einen Augenblick. Aber für die Zuschauer hier geht das rucki zucki. Weil ich bin gleich nach dem Schnips bin ich zu Hause. Zack. Da bin ich zu Hause. Vierzehn Kilometer habe ich hinter mir. Habe ich gemacht, obwohl ich total keinen Bock hatte heute. Aber ich habe es durchgepackt. Durchgezogen. Wie sagt man? Scheißegal. Ich kann nicht mehr reden. Vierzehn Kilometer Jogging. Das kannst du auch nicht. Vielleicht genauso viel. Vielleicht mehr. Vielleicht weniger. Das ist scheißegal. Hauptsache runter von der Couch. Und Sport machen. Ich sage cheerio mi Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Ich freue mich jetzt schon drauf. Auch wenn ich vielleicht dann auch keinen Bock haben werde. Tschuh. Auch wenn ich jetzt... Wir sind nicht vor was. Vielen Dank.